Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 3. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1159 und ja, es hat heute doch noch gereicht. WhyThings oder Withings, iPad, WhatsApp, LibreOffice, YouTube und E-Scooter sind die Themen dieses Tages. Ich beginne mit Withings, WhyThings, die haben sich ein bisschen was dazu gekauft. Die sind ja wieder allein unterwegs, nachdem sie rein, raus, hin und her verkauft wurden, sind sie wieder eigenständig unterwegs und haben sich jetzt ein bisschen Know-how mit reingeholt. Dann hat man sich die gekauft, eine deutsche Firma, die im Jahre 2014 gegründet wurde und auf dem Namen 8fit, 8fit hört. Die hatten schon Finanzierungsrunden mit über 20 Millionen Dollar einsammeln können, haben sich weiterentwickelt im Bereich Wellness, haben sie eine kleine Expertise aufgebaut und das war dann schlussendlich auch der Grund wahrscheinlich, weshalb Withings sich dafür interessiert hatte. So hatten sie zum Beispiel Workouts mit Heat oder Boxen, Pilates, Yoga, Meditation und anderen Geschichten. Ich bin mal sehr gespannt, wo das dann bei Withings, WhyThings mit einfließen wird. Es gibt wieder mal neue Zahlen vom Tablet-Markt und nachdem im letzten Jahr doch das eine oder andere Herstellerchen aus dem Android-Lager wieder mal ein bisschen Gas gegeben hat und ein bisschen was hervorgebracht hat, auch Google ganz dezent, wenn auch nur ein bisschen ein Update in die Richtung Tablet spendiert hat, also ein bisschen sich überlegt hat, dass ein Tablet auch mehr als nur aufgeblasen ist. Aber lassen wir das. Hatte ich gedacht, dass da andere Hersteller ein bisschen hervorkommen könnten, ist aber nicht so. Apple ist nach wie vor der Platzhirsch mit 38 Prozent auf dem gesamten Markt. Das bezieht sich jetzt auf das vierte Quartal 2021. Samsung ist dann gefolgt an zweiter Stelle mit 15,9, Lenovo mit 10 Prozent und dann geht es weiter mit Amazon, Huawei und Others. Andere machen dann 22,8 Prozent aus und das sagt natürlich einiges aus, würde ich doch sagen, für den Tablet-Markt. iPad oder das iPad oder die iPads können also nach wie vor ganz vorne mitschwimmen und ist, wie ich immer wieder sage, auch mein Lieblingstablet, obwohl, und da kommt nächstens ein Video dazu, Huawei ein cooles Feature hat bei ihren Tablets und dem ganzen Ökosystem, was sie so noch umgeben. Ihr nutzt WhatsApp und backupt da eure Daten. Ihr wisst ja, Backup finde ich wichtig. Backup ist cool, Backup muss gemacht werden. Dann habt ihr vielleicht auf die Möglichkeit von Google Drive zurückgegriffen. Mein Gott, jetzt geht's. Da hat nämlich Google vor einem Weilchen, das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her, mal gesagt, du, mach das bei uns, weil das ist gratis. Und so können wir ein bisschen was von Facebook mitlesen. Ne, logischerweise ja nicht, weil verschlüsselt, aber vielleicht lassen wir das. Aber auf jeden Fall, man hat das Ganze gratis angeboten. Und da Google aktuell sehr auf den Trip ist, bezahlt für unsere Dienste doppelt, also nicht nur mit den Daten, und wir verkaufen euch die Werbung und, ach, dreifach, besser gesagt, ihr bezahlt jetzt auch noch für den Dienst, eben Speicher und so weiter. Ne, das gibt's nicht mehr. Wer das also getan hat, muss damit rechnen, dass er bei Google bald ein bisschen Geld reinwerfen muss, um Speicher zu haben, wenn das zu wenig ist, was es da kostenlos gibt, und, oder ihr in eurem Abo drin habt, oder ihr löst das Ganze anders. Weitere Neuigkeiten gibt's bei LibreOffice, der Office-Alternative, aus dem Bereich Open Source. Und da gibt's eine Version 7.3. Was ist da drin? Vor allem viel Interpro... Interpro... Diese Zusammenarbeit mit Microsoft wurde verbessert. Es ist schwierig, so früh am Morgen solche Wörter auszusprechen. Genau, ich probiere's jetzt auch nicht nochmals. Was ist mit drin? Die einzelnen Dokumente lassen sich besser, einfacher öffnen von anderen Systemen, wie eben Microsoft-Dokumenten etc. Das sollte man sich installieren, wenn man damit arbeitet. Warum komme ich darauf? Meine Mädels arbeiten in der Schule damit, und deshalb müssen wir die iPads und iPhones updaten, und somit hatten wir dann das... Habe ich das mitbekommen? Auch mitbekommen habe ich, dass der YouTube-Player ein paar Updates hat, vor allem im Bereich des Vollbildmodus. Etwas, was ich schon länger habe, ist, dass plötzlich beim Vollbildmodus in der Seitenlage, also im Querformat, die Kommentare oder die Kapitelmarken rechts überlagern. Neu kommt auch neue Navigation mit dazu. Der Daumen zum Beispiel, der nach oben und der nach unten, und die Möglichkeiten, einen Kommentar zu hinterlassen, sind jetzt prominenter und links und einfacher zu erreichen. Wer also mag, Poughipsi Network, heisst der Account bei YouTube, darf da gerne mal reinschauen und beim einen oder anderen Video einen Daumen nach oben geben oder auch nach unten, je nach Gusto, logischerweise, und auch einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich dezent darüber freuen und im Kreis hüpfen und das Ganze aber nicht filmen und euch zur Verfügung stellen. Ihr könnt es euch einfach vorstellen. Ich werde auf jeden Fall im Kreis hüpfen. Und sonst, nächstens in ihrer Instagram-Story. Ne, lassen wir das. E-Scooters, vor einem Jahr, Anfang 2021, kamen die endlich auch nach Bern. Eine Schweizer Stadt, die Hauptstadt, um genau zu sein, für alle deutschen und österreichischen Zuhörer, denen das nichts sagt. Da durften zwei Hersteller, Voy und Tier, ihre E-Scooter abstellen und vermieten. Und mit der Auflage, wenn alles gut läuft, sich zum einen die Nutzer daran halten, das sauber zu nutzen und zu hinterlegen, aber auch die Hersteller oder die Vermieter, da ihre Arbeit nachgehen und die ganzen Auflagen erfüllen, dass man das auf zwei weitere Jahre verlängern könnte. Das ist nun passiert. Anscheinend passt das. Anscheinend wurde das Ganze sauber umgesetzt und genutzt. Somit dürfen die beiden Anbieter jetzt für zwei weitere Jahre durch Bern kurven, oder besser gesagt, ihr auf diesen Anbietern durch Bern kurven. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wir hören uns bald schon wieder in diesem Format und oder irgendwo sonst in diesem Internet da draussen. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.